nicht existiert hat. Erfolg kommt nicht von allein. Man muss hart arbeiten und opfern. Man sollte immer ein Ziel dafür vor Augen haben und hart arbeiten, um es zu erreichen. Nichts ist unmöglich, solange man den Mut hat, es zu versuchen. Man muss immer nach vorne schauen und sich auf das nächste Ziel konzentrieren. Das Leben ist zu kurz, um nicht alles zu geben, was man hat. Es gibt keine Grenzen, außer denen, die wir uns selbst setzen. Nur wer etwas wagt, kann auch etwas gewinnen. Man sollte immer bereit sein, Risiken einzugehen, um etwas zu erreichen. Man muss immer bereit sein, aus Fehlern zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Erfolg ist kein Zufall, sondern das Ergebnis harter Arbeit und Entschlossenheit. Man sollte sich immer selbst herausfordern und das Unmögliche möglich machen. Jeder Tag bietet die Chance, etwas Neues zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Nur wer bereit ist, seine Komfortzone zu verlassen, kann auch wirklich wachsen und erfolgreich sein. Man muss immer bereit sein, für seine Ziele zu kämpfen und Hindernisse zu überwinden. Die größten Chancen im Leben ergeben sich oft aus den größten Herausforderungen. Man sollte sich immer von seiner Leidenschaft und nicht von seiner Angst leiten lassen. Erfolg ist keine Frage des Glücks, sondern der Vorbereitung und des Engagements. Man sollte immer nach neuen Möglichkeiten suchen und niemals aufhören zu lernen. Die Qualität und Innovation unseres Produktes sind die Basis für unseren Erfolg. Man muss bereit sein, hart zu arbeiten, um das zu erreichen, was man will. Man sollte immer hart arbeiten, aber auch Zeit für Entspannung und Erholung einplanen. Man sollte immer eine positive Einstellung haben und das Beste aus jeder Situation machen. Man sollte immer an sich selbst glauben und nicht aufgeben, wenn es schwierig wird. Jede Krise bietet die Chance, stärker und besser aus ihr herauszukommen. Erfolg bedeutet, anderen Menschen Freude zu bereiten und ihnen etwas Wertvolles zu geben. Man sollte immer offen für Veränderungen sein und sich auf neue Entwicklungen einstellen. Man sollte niemals seine Integrität und Werte aufgeben, um Erfolg zu haben. Man sollte immer hart arbeiten, aber auch Spaß an dem haben, was man tut. Man sollte immer eine klare Vision haben und hart daran arbeiten, sie zu verwirklichen. Man sollte immer bereit sein, seine Komfortzone zu verlassen und neue Dinge auszuprobieren. Man sollte immer mit anderen kooperieren und sich gegenseitig unterstützen, um erfolgreich zu sein. Man sollte immer dankbar sein für das, was man hat, und sich auf das konzentrieren, was man erreichen kann. Erfolg ist kein Ziel, sondern ein Prozess, der niemals endet. Ich wünsche mich auf dich, was man denkt, was man hat. Ich wünsche mich auf dich, was man wille. Ich wünsche mich an, was man hat, und ich hoffe, dass man wäre bereit.